Marble Tolle ja komm äh ich spiel noch nicht mal davor zack 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 plumps hm jetzt hab ich das eingegraben mit am Loch so das noch ja ja jetzt mal schön alles abbauen bau 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 so zack zack vor allem warum baue ich das da wieder hin wenn ich das so hier baue das frage ich mich grad echt naja meine logik will wir ja verstehen keiner so 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 also bräuchten eigentlich nur was zum abbauen mit einer Maschine dafür bräuchten wir Ressourcen ja dann brauchen wir nicht mehr so auf die Tour gehen aber dafür fehlen uns dann natürlich erstmal die Ressourcen jetzt kann noch ein bisschen dauern bis wir das zusammen machen deswegen mach ich hier erstmal den Gang runter was grad noch so ein bisschen dauern wird weißt du was bevor ich mal wechseln muss mach ich mal so das dauert sonst zu lange zack zack und dann machen wir Strip Mining und dann machen wir Strip Mining ihr könnt auch eine Turtle nehmen gibt sie überhaupt dort äh ja weil wir haben noch eine Programme dafür dass man das die alleine machen lassen kann und ja und ja was ist das in der Ohr ok aha das kann man damit machen dann passiert das ahja vorhin die Dive ok tschüss taucht das mal nicht mehr drauf it's finally fine vorhin hab ich mich jemals schrocken ist hinter der Wand halt die Fresse ist hinter der Wand halt die Fresse sehr ruhig ach halt dein Maul blöder Enderman ich glaub der ist grad so ein bisschen sauer ich glaub der ist grad so ein bisschen sauer was kann man denn damit machen überhaupt aha was für das denn für eine Maschine aha ok guck mal kann man ein Endepechen draus machen aha aha ähm ja hab ich mich erschrocken irgendwie pfff das war gemein könnte mich nicht jemand warnen vorher ja komm das geht jetzt kaputt egal ja ach komm mal das Maul ach sterb pfff natürlich hinter mir wo der auftaucht guck mal gold können wir auch abbauen juhu hey geil haben sich eigentlich nichts auf der Karte boah das geht mir auf den Sack aber gewaltig dann ist sie halt weg ach ja ach ja das geht mir auch echt gewaltig auf den Sack kannst du mal das Mauer halten kannst du mal das Mauer halten hab ich ihm schon mal gesagt es interessiert keinen dass du noch deine Mama wuchst hm hm ich würde das ja gerne mal killen dann doch hm 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 ja 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 hm 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 ich wollte wieder nach oben gehen hm 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 nervt aber gewaltig so geht einfacher das alles nach und nach abzubauen mit der enderman auf die kickers geht ähm vier ähm ja so boah halt das maul die sind gleich unten yay du hast gerade richtig gesehen Tias redstone stufe toll normalerweise kannst du die nämlich mit eisen abbauen normalerweise ok kommt meine an wo wir rauskommen wow das ist nochmal Matthias ja gegen anschwärmen ja obsidian level oh ne spitzsacke dann ist es halt weg kommen die sticks auch weg aha sterb endlich da ging ja eine echt auf die eier bin ich denn hier bin ich denn hier was ja war war irgendwie klar deswegen habe ich eben eher aufgepasst damit aha ich glaube das stand da auch hallo hallo wow ist das dein ernst was what the fuck hast du Langeweile ein kyper der TNT schmeißt ah ja und der Todes nachdem ich ihn gerade gekillt habe ey was für ein Taxi aber durch die Sprengung seht ihr das ey ey das wird's dann New Miner äh das kann weg okay denn oder den stufe vieles davon ist mir auch egal das vier hat sich selbst gekillt oh guck mal ein emerald ja komm das kann weg hier sind auch noch die hier gold guck mal noch eine spitzsacke müssen wir gleich mal zurück noch ein schwert essen was da alles drin ist backpack 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 ein kleines aber wieso nicht das ist noch ein slime und ein hässlicher creeper das ist ein hässlicher port creeper war das texturen fehlen davon okay aber was die nehmen wir auch mal mit kräuten einen apfel feingelassen kräuten einen apfel feingelassen das ist wenn man das eigentlich fertig machen will und dann dort die höhe noch erkundet aber egal 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 so das bruder scheiße zu fressen das bruder das bruder das bruder das bruder die tue ich auch da mal mit rein das bruder dann das bruder So, der kann da mit rein, da, da, Stein, äh ja, Kaveston kommt da rein, ist auch natürlich voll, das kann eigentlich weg, da, 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 zack, 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 alles in die Ecke, brauchen wir nicht ach so, du bist das zack, ach schade, naja, na gut Leute, dann würde ich aber sagen, beende ich jetzt mit der Aufnahme und bis zum nächsten Mal bei Minecraft Restart, ciao, ciao, guck nicht so doof, tschüss